Ja, das mit dem Stipsel kenne ich schon. Der Zwerg Jesslick konnte eine Menge über die Mine im Mantelwald erzählen. Er und sein Clan arbeiteten früher in der Mine. Doch dann stießte sie auf einen unterirdischen Fluss. In der dadurch ausgelösenen Überschwemmung kam der größte Teil seines Clans ums Leben. Später lernte Jesslick Rielta kennen, eine wichtige Gestalt im Eisenthron. Mit Jesslicks Hilfe konnte Rielta die Mine für den Eisenthron wieder öffnen. Jesslick erzählt auch, dass die Mine von einem Magier namens Daveron von der vierten Ebene aus überwacht wird. Wenn wir an einen seiner Schlüssel gelangen würden, können wir die ganze Mine unter Wasser setzen. So ist der Plan. So, Riel kriegt von uns nichts. So, Fahna, mach mal auf. Wie kann ich helfen? Gehen. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hi, Jungs. Oh. Hi. Oh, Schatz. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Lasst uns ordentlich mit Hilfe. Au. Drei-Fahrer ist vier-Fahrer ist au. Quick-Safe. In Ordnung. Wie kann ich helfen? Hast du noch? Nein, du hast keinen Feuerball. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht? Ja? Das ist ein gutes Leben. ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern machen wir hier einfach mal zu das hat hier wirklich gut hingekriegt worum geht es diesmal das ist sehr schön also erst mal was ist das eine robe des abenteurers sie trägt eine robe des weisenden also nicht so wirklich was besonderes ein explosionstrank aber das hier ist wichtig das hier ist sowas von wichtig was ist diesmal nera ich bin enttäuscht von dir jetzt aber nein komm nera also hast hast wir haben hast so wie kann ich wie ihr wünscht die dunkelheit herrschen was zur ok sie kommen auseinander ich dachte schon die sind jetzt immer und ewig ineinander verkeilt lasst sie uns ordentlich verdächtig ach du sagt ja aber natürlich ja das wird kein schneller tot ihr braucht lasst sie uns ordentlich verdächtigen geldes fressbrennenden oder vielleicht frostigen tot die also mit die das blöd h die sind nah blöd sie zudem ich habe schuld Da steht der andere Typ immer noch hier und wartet. Nö. Wir haben aber gerade zur Essenszeit gestört, hä? Ihr seid mir ein Haufen... Ihr seid mir ein Haufen Grünstäbel. Kommt ihr zum Saufen hier oder will einer von euch hübschen vielleicht ein bisschen mit mir rumschnuckeln? Ja, an mir ist eine Menge dran, haha. Das ist wohl die Küche, die wir jetzt entdeckt haben. Oh. Sogar mit verschlossenem Zeug. Indem nichts drin ist. Okay. Au. Schwarze Krallen auch noch. Die haben wir also doch noch nicht ganz ausgelöscht. Ja. Wie kann ich ihr brauchen? Nur zu fragen. Das wird kein schneller Tod. Oh, Pfeile und ein Räuber-Skype, was mir nichts mehr bringt. 5 zu 1. Jupp. Worum geht, wie ihr wünscht. So, war das der Einzige, der uns hier von hinten auf den Sack gehen wollte? Ja. Dann können wir noch in das da reinschauen, weil von hier aus gibt es keinen Weg da rein. Wir können dann hier einfach mal rasten, bevor wir auf die nächste Etage gehen. Weil wir sind ein bisschen angeschlagen. Uns gehen auch langsam die Zauber aus. So ein bisschen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Zellen. Okay. Bitte, ich möchte keinen Ärger. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, verspreche ich, artig zu sein. Also das hier sind einfach nur Zellen. Gut. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Das heißt, wir rasten jetzt mal hier. Ah, netteres Detail. Wir suchen uns einen Raum und verbarrikadieren ihn. Ja? 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 Ops, wie sieht es eigentlich bei mir mit Munition aus? Ich habe noch genug. Okay, darf ich jetzt in Ruhe rasten? Naja, jetzt lade ich, ich habe noch keine Lust noch auf so eine, ist das ernst? Was ist der hier ernst? Ich glaube, ich kann hier nicht schlafen. Wie ihr wünscht. Sagt an. So, dann schlafen wir halt hier. Das gibt es doch echt nicht. Ist hier die Überraschungsrate so hoch? Na also. Wie kann ich helfen? Geht mir Kraft. So. Worum ihr braucht nur zu fragen. Hm, Tach. Schalten wir gleich mal den Hauptgoblin Elite da aus, bevor der jemanden vergiftet. gut. Ah, Heilung. Worum geht es diesmal? Was ist es diesmal? Sagt an. Ja? Ja? Ich werde mich im Handum drehen. Darum kümmern. Geld, Schmuck. Ah! 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 Irgendwie man schreit die ganze Zeit um Hilfe. Hm. Für heute mit Vergnügen. Hier seine Schmerzen. Vorwärtsmarsch. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handum drehen. Darum kümmern. Hilfe! 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 Ja, hier ist ein Schmelz oben. Hier sind Sklaven überall, die wahrscheinlich in den Schmelzen arbeiten. Es ist so heiß. Bitte seid ihr gekommen um uns zu retten? Ja, ihr seid frei. Götter sei Dank. Danke, danke. Mit Vergnügen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Worum geht es diesmal? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Noch ein Wächter, hm? Was ruht ihr in meinem Zimmer? Ihr dürft hier nicht hinein. Du bist nicht mehr in deinem Zimmer. So bringen wir dich um. Auch gut. Wie ihr wünscht. Ich brauche, warum denn ich? Sänger der Nacht. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Mädelsteinchen. Zauber. Oh, Pfeile. Nichts. Noch Mädelsteinchen. Die musst du identifizieren. Die musst du identifizieren. Das kann in die Edelsteinbeutel. Beißender und Säurepfeile. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Also unten ist eine Schmelze und hier oben sind wohl scheinbar Zimmer von Wächtern. Und ein Nest voller Hopp-Goblins. Das sind normale Waffen, ein Ring. Geld und Edelsteinchen. Geld und Edelsteinchen. Noch ein Wächter. Hm. Na, warum denn ich? Wie kann ich hell? Ihr braucht nur zu fragen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Achso, die in meinem Zimmer, ja. Das kennen wir schon. Das wird kein schneller Tod. Ist das ein Diamant oder ein Ziton? Ist nur ein Ziton, okay. Wo? Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Mit Vergnügen. Oh, trankte Feuerriesenstärke. Ist meine Heimat.